Beim letzten Montagskonzert in diesem Jahr war das Sachi Dao String Quartet aus Berlin im Berlischki Pavillon zu Gast. Das Programm der jungen Musikstudentinnen trug den Titel Ostwärts und war geprägt von lebendigen Charakterstücken und ungewöhnlichen Spieltechniken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Applaus